Die Schüler, die ich gehasst habe, waren die Arschkriecher. An sich, wie die sind mit dem ganzen Schleim, habe ich eigentlich kein Problem mit. Aber in dem Moment, wenn die die ganze Klasse mit einbeziehen, inklusive auch ich, dann, Kollegen, haben die ein Problem. Weil, wieso kannst du nicht deine Sachen da machen, mit dem Schleim und so, ohne andere einzubeziehen? Zum Beispiel hat der Lehrer seine Unterrichtsstunde beendet und hat dieses Mal keine Hassaufgaben. Da hört man einfach aus der Ecke, Herr Professor, kriegen wir denn heute keine Hausaufgaben, oder was? Äh, nun, guck mal. Ich verstehe, dass du dich dem Lehrer als Musterschüler präsentieren willst und für gute Noten hasselst. Aber wegen dir kann ich nicht einfach in Ruhe chillen und einmal schauen, sondern wieder meinen Krips einwenden. Was ist Problem, Kollege? Ich verstehe, dass du nicht so gut bist, oder wie ich dir nicht so gut bist. Bis zum nächsten Mal.